Ich habe mir Sorgen um meine Tochter gemacht. Sie ist zu spät nach Hause gekommen. Das macht sie normalerweise nie. Und dann habe ich die Handyortung aktiviert. Und dann bin ich hierher, um zu gucken, ob ich sie hier irgendwo finde. Das ist Steffis Auto. Das ist mein Handy. Was ist das für eine Sacke? Das ist nicht Steffis Jacke, das ist eine Herrenjacke. Die hat bestimmt einen Anhalter mitgenommen. Die hat wieder irgendeinen Anhalter mitgenommen. Ich habe ihr tausendmal gesagt, sie soll das nicht. Ich habe diese Herrenjacke gesehen, das Handy meiner Tochter. Sie nicht im Auto, niemand im Auto. Mir sind die schlimmsten Gedanken durch den Kopf gegangen. Ich bin einfach erst mal losgelaufen. Und dann habe ich ein Geräusch gehört. Und dann bin ich natürlich sofort danach gegangen. Was war da doch? Kaninchen wahrscheinlich. Ich höre doch was. Hallo? Hallo? Steffi! Was ist hier los? Steffi! Steffi! Steffi, wo? Was ist passiert? Steffi! Steffi, bleib ganz ruhig. Oh mein Gott, was hast du da? Steffi, warte. Steffi, warte. Ganz ruhig, alles gut. Alles gut. Pass auf, beruhig dich. Beruhig dich. Alles gut, ich bin hier. Ich bin hier. Ich bin hier. Sie wird dir nicht positionieren. Nein, nein, nein. Nicht zu machen, nicht zu machen. Ich habe gedacht, die Zeit steht still. Ich habe gedacht, der Notarztwagen, der wird hier niemals eintreffen. Und ich hatte auch Angst, irgendwelche Fragen zu stellen, weil ich wollte gar nicht wissen, was wirklich passiert ist in dem Moment. Ich wollte einfach nur, dass es ihr wieder gut geht. Nicht so schnell atmen, okay? Die sind gleich hier. Ist irgendwas passiert, was ich wissen muss, was ich dem sagen muss? Nein. Bist du ganz sicher? Ja. Ja. Bist du gefallen? Wie ist das passiert? Hat der Mann dir das angetan? Nein. Nein. Wie ist dieser Schock in deinen Bauch gekommen, Debbie? Ich bin gestürzt. Ich habe so Angst. Ich weiß nicht, wie lange ich das noch aushalten kann. Du musst das aushalten. Du musst das aushalten. Du musst das aushalten. Hast du das Gefühl, dass das ganz tief drin steckt? Sagt die 22-Jährige tatsächlich die Wahrheit oder schweigt sie aus Angst? Sollte tatsächlich jemand für die lebensbedrohliche Stichverletzung verantwortlich sein, treibt sich der Täter möglicherweise noch im Wald herum und könnte eine Gefahr für alle sein. Kommen Sie hier hin, bitte! Hier! Hier! Ja, hier! Meine Tochter hat gesagt, sie ist gelaufen und ist gestolpert. Und hat sich diesen Stopp dramatisiert. Was ist denn da passiert? Die Notärztin, hallo? Sie ist schwindelig, hat sie gesagt. Und ihr ist schlecht. Ja. Und sie ist gestolpert und hat wohl irgendwie sich das reingerauft. Ich habe keine Ahnung, wie tief es ist. Komm, einfach Schere, bitte. Kleine Schere. Ich fand das sehr, sehr gut, wie die Mutter reagiert hat. Sie hat den Ast in situ belassen. Das heißt, nicht daran manipuliert. Man muss immer wissen, dass solche Fehlungsverletzungen oder stumpfe Verletzungen oder auch scharfe Verletzungen innere Organe verletzen können und somit lebensbedrohliche Zustände hervorrufen können, wenn die unsachgemäß entfernt werden. Was ist denn da passiert? Ich habe meine Tochter gesucht. Sie war verschwunden. Ich habe sie über die Ortungs-App. Ich bin einfach hier lang gelaufen und habe ich was gehört. Und dann bin ich hier in den Wald reingelaufen. Und es ist noch jemand anders weggelaufen. Wahrscheinlich jemand, der sich vergewaltigt hat oder versucht hat. Ich weiß es nicht. Aus ihr ist kein Wort rauszunehmen. Bei dieser Art von Verletzungen ist es zwingend notwendig, die Patienten komplett zu entkleiden. Sollte diese Kälte längere Zeit andauern, muss man schon an den Wärmeausgleich denken, damit die Patienten nicht auskühlen. Im Moment war diese Kältesituation noch vertretbar, aber natürlich eine deutliche Erschwörung der Rettungsbedingungen. Ja, Leitstelle Köln, kurze Rückmeldung für Sie. Wir haben die Patientin jetzt gefunden, die ist im Wald. Werden Sie rausholen. Keine weiteren Kräfte. Wir müssen das einmal drin lassen. Wir verbinden das steril. Sie kriegen was gegen die Schmerzen. Ich muss doch einmal hin an den Arm. Kann ich irgendwas helfen? Bleiben Sie einmal hier bei Ihrer Tochter. Sie merkt dann, dass Sie da sind. Und dann hat sie irgendwelche Erkrankungen. Nein, gar nicht. Allergierend? Nein, sie ist kerngesund. Sie ist kerngesund. Sie ist 22, sie ist das pünktlichste, liebste Mädchen, was man sich überhaupt vorstellen kann. Sie ist zwei Stunden nicht nach Hause gekommen. Ich habe mir Sorgen gemacht. Ich bin durchgedreht. Ich habe sie über die Ortungs-App geschaut. Einmal den Arm bitte locker liegen lassen. Nein, sie hat keinen Freund. So kann ich hier nicht messen, ne? Ja. Ich stehe hier alles gut. Aber hier war noch jemand mit dir. Wer war das denn? Danke. Die Taschenlampe. Es ist noch jemand hier gewesen. Okay. Ich habe schon zwei in der Hand. Ich weiß nicht, ob man hier irgendwas angetan hat. Hier war noch jemand. In Ihrem Auto war eine Herrenjagel. Er hat mir nichts angetan. Irgendwas stimmt hier nicht. 120. So, gehen wir jemanden. Schmerzmittel haben wir reingegeben. Was zum Schlafen auch. Äh, Steffi. Wo? Es ist zunächst immer eine bedrohliche Situation, wenn sich eine weitere Person in der Nähe auffällt. Man weiß nicht, ist es ein Täter, ist es ein Opfer, ist es jemand, der gefährlich werden könnte. Die Patientin hatte zum Glück keine äußeren Spuren einer Vergewaltigung oder eines Sexualdeliktes. Aber trotzdem ist es immer eine problematische Situation, die man letzten Endes präklinisch, also vor dem Krankenhausaufenthalt, nicht sicher ausschließen kann. So, ich bräuchte einmal einen schlichtigen Verband. Können Sie bitte, können Sie bitte mal eben, halten Sie mal bitte eben den Kopf von meiner Tochter. Bitte halten Sie den Kopf von meiner Tochter. Mama. Hallo. Steffi, du bist in guten Händen, lass mich bitte kommen. Nein, wo bist du denn hier auf Händen? Alles wird gut, alles wird gut, warte Sie. Steffi, ich bin sofort wieder da, alles ist gut, alles ist gut. Ich bin doch nicht bescheuert, ich wusste doch, dass ich jemanden gesehen habe. Ja, da ist jemand. Ich komme sofort wieder. Mama, bitte weg hier. Steffi, ich komme gleich wieder. Bei so einer Situation, wenn man einen Hintergrund hat, dass vielleicht hier eine Vergewaltigung vorliegt und vielleicht auch eine Straftat somit, muss man natürlich vorsichtig sein. Ich habe einen Schatten beziehungsweise irgendwas Knürchen hören. Die Mutter ist hinterher und da wollte ich natürlich erstmal auch hinterher, um die Mutter zurückzuhalten, weil ich nicht wusste, was mich hier erwartet oder was sie erwartet. Aber ich wurde gebraucht, dementsprechend bin ich dann bei meinem Team geblieben. Irgendwas ist da passiert. Hallo? Stehen bleiben, bleiben Sie bitte sofort stehen. Hallo? Blind vor Wut verfolgt Karin den mutmaßlichen Peiniger ihrer Tochter, während die Rettungskräfte versuchen, die 22-Jährige für den Transport zu stabilisieren. Als der Fremde Richtung Parkplatz flüchtet, kann die aufgebrachte Mutter den Mann stellen. Reicht's, jetzt reicht's. Was haben Sie meiner Tochter angetan? Bleiben Sie sofort stehen, wer sind Sie? Steffi, ich habe Sie gerade da im Wald gesehen. Hä, nein. Meine Tochter? Steffi, das ist meine Freundin. Was, Steffi, meine Freundin? Ja, das war meine Freundin. Vorher kennen Sie den Namen von meiner Tochter, wissen Sie, dass sie da halb tot im Wald liegt, mit einem Stock im Bauch? Was hat sie denn? Sie ist gestürzt, weil sie vor Ihnen weggelaufen ist, was haben Sie ihr angetan? Ich bin völlig außer Kontrolle geraten, ich habe einfach nur noch diesen Mann gesehen, der dann auch letztendlich am Auto stehen geblieben ist, so wie es für mich aussah, wollte er damit ja auch einfach abhauen, sich aus dem Staub machen. Und dann erzählt er mir, er ist der Freund von meiner Tochter, konnte ich nicht nachvollziehen, dann wäre er doch nicht abgehauen. Ich kann, ich habe nichts zu tun, ich habe nichts falsch gemacht, alles gut, ich bin der Freund von Steffi. Ich konnte das ja nicht wissen. Wer sind Sie? Was haben Sie meiner Tochter angetan? Ich habe dir nichts angetan. Dieser Mann hat meine Tochter vergewaltigt, er ist mit ihr in den Wald gegangen, hat sie verschleppt. Die Mutter der verletzten Person, das junge Mädel, sie war ziemlich in Rage gewesen, als wir zum RTW kamen. Ich habe sie laut gehört, sie war nur noch am Schreien, dass er der Vergewaltiger wäre und er alles schuld wäre. Natürlich bin ich dazwischen gegangen, um hier ein bisschen erstmal für Ruhe zu sorgen. Man muss natürlich in solchen Situationen wirklich die Ruhe bewahren und erstmal gucken, was los ist. Karin ist sicher, ihre Tochter hätte ihr einen angeblichen Freund keinesfalls verschwiegen. Nur Steffi kann jetzt aufklären, um wen es sich bei dem geheimnisvollen Fremden tatsächlich handelt. Der war dieser Mann, der wollte es dir nicht sagen, das ist mein Freund. Und bitte was? Ja. Und schau mal, seitdem Papa von uns gegangen ist, vor fünf Jahren, ich hatte eigentlich sogar schon geplant, mit ihm zusammenzuziehen, wollte ich dich damit nicht belasten. Ich kann dich doch nicht alleine sitzen lassen. Jetzt im Nachhinein geht es mir natürlich besser, jetzt wo ich weiß, meine Tochter ist gut aufgehoben, sie wird ärztlich versorgt. Es ist ihr Freund gewesen, es hat ihr niemand was Böses angetan. Aber in dem Moment, ich war leichtert, aber auch irgendwo traurig, weil ich nichts davon wusste. Dann wäre das Ganze vielleicht nicht so eskaliert. Genau, sie wird mit Sicherheit erstmal Diagnostik bekommen müssen und im OP dann diesen Baumstumpf rausgenommen bekommen. Aber sie ist im stabilen Zustand, sie brauchen sich keine Sorgen zu machen, ja? Hat was gegen Schmerzen bekommen. Und bitte red mit Lukas, der hat nichts getan. Okay, dann würde ich Sie auch bitten, dass wir jetzt los waren. Ja, Sie können hier rausgehen und seien Sie bitte vorsichtig, wir machen sich keine Sorgen, ja? Also mach die Türe zu. In mir ist so viel in diesen kurzen Momenten seit dem Auffinden meiner Tochter passiert und durch den Kopf gegangen. Ich hätte ihn am liebsten in den Arm genommen, weil ich war einfach froh, dass es kein Mensch war, der ihr was Böses angetan hat. Ich weiß nicht, was ich gerade sagen soll. Ich habe das nicht gewusst. Verstehen Sie das bitte nicht falsch, ja? Aber können Sie sich vielleicht ein bisschen in mich reinversetzen? Ich sehe Sie beide da. Meine Tochter liegt da. Sie rennen weg, machen sich zum Auto. Ich habe gedacht, dass Sie ihr irgendwas Schlimmes angetan haben. Das tut mir echt leid. Ja, kann ich verstehen. Alles gut. Aber ich möchte da bitte, das Thema möchte ich bitte nochmal in Ruhe aufmachen. Aber ich würde mich freuen, wenn Sie, können Sie den Wagen, haben Sie einen Führerschein? Ja, klar. Können Sie den Wagen fahren? Ja, klar. Ja, ich muss erst mal in der Notaufnahme in der Klinik am Südtirolern, dann sagen Sie, wo die Kollegen sind. Ja, ich atme eben zwei Minuten durch, bevor ich fahre. In einer sofortigen Notoperation haben Ärzte das Holzstück unproblematisch aus dem Bauch entfernt. Die Verletzung hat sich die 22-Jährige zugezogen, als sie vor ihrer Mutter in den Wald geflüchtet ist, um ihre Beziehung geheim zu halten. Karin hat den Freund ihrer Tochter mittlerweile in Ruhe kennengelernt und mag ihn sehr. und mag ihn sehr. Vielen Dank.